yo meine freunde willkommen auf einem neuen video auf meinem baskalationskanal wir reagieren zusammen auf asche showy can ja ich bin gespannt wird wahrscheinlich die letzte single vom album sein ich glaube nächste woche erscheint das album ich bin sehr gespannt und ich würde sagen wir labern nicht lange wir gehen einfach direkt rein na gut auch kein share hat das video gemacht beat ist absolut von den feelings sehr geil sehr fast schon so auf diese ccn atmosphäre so ein bisschen also noch nicht ganz genau so aber so ein bisschen die beat richtung finde ich es geht um rap und darin bin ich für dich wie seit hama du kleine fotze machst auf ghetto doch lebst wie wie ein farmer du stehst auf mazze machst auf ghetto aber lebst wie ein farmer so geile direkter anfang ist einfach so wieder so direkt so knallt direkt rein dann wurde ich mal umarmt denn nur wenn es mal schwitzgasten gab saugeile line ja asche bringt den richtigen rap einfach wieder zurück das muss man so sagen also mit zurück ich habe genetik asche ist im moment deutsch das beste was auf albumniveau läuft was in diese richtung geht und bin dankbar für beide alben auch wenn es asche album ja noch nicht draußen das genetik album ist heute erschienen hören wir natürlich auch noch rein ja absolut nice fühle ich auf jeden fall komplett so bisher den anfang genau das gegenteil von playlisten sound aber dafür habe ich muskeln und das weightliften drauf genau das gegenteil von playlisten sound digger fühle ich doch komplett die line die geben uns doch mal einfach weil es real talk ist genau das gegenteil von playlisten sound aber dafür habe ich muskeln und das weightliften drauf asche ist die sperrspitze fick mal deine herkunftswitze deine scheiß karriere wackelt wie eine testo titte alter er haut dir ein eine nice line nach der nächsten hier raus ich war nie ein rapper ich war wie naruto uzumaki asche mit dem model face ich war nie ein rapper ist auch noch mal so auf dieses ccn feeling sart und bushido natürlich damals angelehnt sehr sehr nice das jetzt weiß ich gar nicht schreibt natürlich gerne in die kommentare habe ich irgendwie nicht mitgekriegt steht hier auch nicht im titel ja holt mich jetzt soll ich komplett ab aber wir geben in der sache noch mal eine chance ja jetzt klingt schon geiler als so am anfang weil das hat sich noch mal irgendwie erhöht mit der stimme oder so auf jeden fall ist da noch was passiert und dadurch klingt es auch schon viel besser wenn ihr was ich meine dazu muss ich auch noch mal was sagen zu dieser ganzen autotune debatte autotune ist nicht gleich scheiße sondern es ist wie rap ne wenn es geil gemacht ist ist okay ist auch nice dann ne also ich bin jetzt keiner von den leuten die prinzipiell autotune haten so aber wenn es scheiße gemacht ist so und weil 90 prozent oder die autotune machen da klingt es halt nicht so geil weißt du deswegen ist so direkt alle so auf autotune hören gar nicht mehr wie geil das ist weil jetzt als beispiel hör dir mal san diego auf autotune an und dann irgendeinen rapper der so der freitagsliste so drin ist vergleich das mal liegen welten zwischen während du mit deinen reichen freunden weißwein trinkst stehe ich besoffen auf der party in dem white high stands ach so ich werde jede woche angezeigt fick dein ami style ich bring deutschen rap den sparring vibe ich mach 100 amis da ich bring deutschland den sparring style ja hat asche hier auf jeden fall was neues reingebracht so komplett ja aschro war die 1 ist hier auf jeden fall krass unterwegs und finde ich richtig nice den track es bleibt es asche wie die kirsche auf der sahnetorte auch sehr nice ja gefällt mir sehr geil dieser beat der schafft doch diese atmosphäre so vom früher gleichzeitig ist es irgendwie was neues ja die hook mit dem autotune so muss man abwarten wie man das feiert oder nicht ist immer schwer nach dem ersten mal hören zu bewerten aber es kann jetzt nicht schlecht ja jetzt schnell nach oben geschafft ne so klar kollega hat ihn so unter die arme gegriffen aber im endeffekt sind die leute auf seiner musik hängen geblieben er kann jetzt alleine für sich musik machen da stehen und die leute sind verrückt nach seiner musik also er hat seine chance genutzt was ich noch nice finden würde wenn kollega noch auf dem asche album wäre oder andersrum wäre auch geil wenn die noch musik machen würden auch das kollabo album der beiden hat sich wirklich nice ich hätte auch nichts dagegen wenn die irgendwann mal einen zweiten teil aufnehmen würden echt ist aber auch so eine hook die mit jedem mal hören besser wird finde ich es gibt natürlich ihr braucht kein geheimnis daraus machen wahrscheinlich wenn es durchgerappt worden wäre hätte ich es geiler gefunden wahrscheinlich aber weiß ich auch nicht klingt nice soll ich euch sagen hier läuft es noch ein bisschen aus ich dachte vielleicht kommen hier noch mal ein paar zeilen wäre noch ganz nice gewesen aber ich freue mich aufs asche album wirklich waren geile dinge dabei ja das neue album von asche kommt jetzt bald ich glaube nächste woche kommt es raus ich kann doch gleich mal ein bisschen durchlaufen lassen aber wie gesagt schreibt gerne in die kommentare wie ihr den song findet jetzt werden hier die boxinhalte nochmal gesagt können wir uns ja auch angucken ich habe die box auch bestellt unboxing wird es auf meinen kanal geben machen wir hier noch ein bisschen werbung für den asche ja das ist die box weiß ich ob jetzt noch ein datum kommt ja hier 20.8 nächste woche heute ist freitag der 13. ihr wisst doch bescheid und ja schreibt mir eure meinung in die kommentare über meine reaction und den song und das ganze asche album wie auch immer schreibt sie in die kommentare und wenn ihr habt so weit wie ich abonniert doch meinen kanal ich bin raus meine freunde